oh dann lucky wie ihr wisst sind wir auf kurs entgegen des pokémon hypes oldschool mäßig auf panini sammelbilder wir haben ein marvel panini album ihr wisst ihr kennt unseren großen bezug zu marvel und wir werden immer von zeit zu zeit neue packs aufmachen und immer wenn jemand zehn euro oder mehr donated dann werden wir ein pack öffnen und derjenige kommt dann mit in die verlosung wenn wir das komplette panini album dann verlosen ja das heißt also don lucky schreibt alle auf die mitgemacht haben und wenn das voll ist dann findet eine riesige verlosung statt bei einem großen internet dienstanbieter habe ich ein habe ich so ein sammelkarten buch hier bestellt und da sind schon unsere trading cards drin und die zeige ich euch jetzt mal heute hat trimax trimax hat heute was heißt heute oder die tage hat trimax versucht für 30.000 euro pokémon packs zu ersteigern in den usa bis ihm aufgefallen ist dass nach dem bieten da noch eine auktionsgebühr von 7000 euro dazu kommt und dann ist ihm eingefallen wenn es nach deutschland geschickt wird oder wenn die karten bewertet werden dann kommt natürlich noch 19 prozent mehrwertsteuer darauf und dann sind es noch mal ungefähr 7000 euro also sehr teurer spaß ich als kleiner streamer als großer streamer vom herzen her aber als kleiner streamer so von wegen ihr hier richness und so habe gedacht okay wir gehen in meinen kindheit zurück und wir bekleben wir sammeln panini panini sammelbilder wer wissen wie weit wir sind kann gerne auf unserem youtube-kanal schauen da sind ein paar folgen schon drin was wir schon alles eingeklebt haben und was wir schon alles bekommen haben genau soll kommt auch noch drauf oh mein gott der arme trimax aber der ist auch reich der ist auch reich ich könnte sie aber ich könnte sie ja so sieht das so sieht dieses trading buch aus und hier sind schon ein paar coole karten sind hier schon drin die habe ich alle schon sortiert also nicht dass ihr euch wundert dass da irgendwie schon was fehlt und zwar gibt es 50 trading cards insgesamt und ich habe die nach nummern sortiert und schon mal hier eingefst hier ist roxy wolverine und der devil ist dabei captain marvel ist dabei hier das ist meine lieblings das ist meine lieblings trading card iron man und spider man wir beginnen mit dem ersten pack ihr könnt ihr so ein bisschen raten was drin sein könnte roxy leckt die auch noch mal an damit die auch noch richtig viel wert sind ja also ich denke mal wenn roxy die anlegt anlegt sind das locker 10 k pro trading card hier haben wir eine sehr nice karte das sieht nach cyclops aus ist das x-men das ist x-men x-men okay haben wir noch nicht haben wir noch nicht es ist tor auf weiblich oder was und das ist auch eine nice karte das ist eine metal eine metall karte die hat so einen metallischen schimmer es ist black widow was meint ihr bestimmt nicht auf jeden fall jetzt kommt die trading karte ich weiß immer nie ob ich die richtig rum halte natürlich nicht und da haben wir auch eine nice karte storm kennt ihr storm das ist eine coole karte krass aus sehr nice art work sehr nice tor mit boobs es ist also hier es gibt 50 trading cards das wäre nummer 21 pack nummer zwei für sky over und wir haben hier so ein teil von captain americas motorrad man sieht auf jeden fall sein schild sehr cool die kombi ist halt schon cool ne so dann haben wir der devil der devil auch ein sehr cooler charakter wie ich finde der will der blinde anwalt ich finde den sehr cool und amazing spider-man hochzeit giant sized annual jubiläumsausgabe oh das ist aber ein neuer captain das ist bestimmt sein freund der ihn ersetzt hat ne ist das bucky nein das ist nicht bucky oder bestimmt bucky ist nicht bucky ich weiß nicht aber auf jeden fall ist es so eine metal karte und auch sehr nices artwork hier haben wir magneto als trading karte die haben wir auch noch nicht sehr nice sky over sehr sehr nice sehr sehr cool hier erste karte marvel comics ich liebe diese klassischen comic cover für human torch the angel submarine mask radar also wie letztes mal schon erwähnt gibt es auch von marvel gibt es auch frankenstein und was habe ich gesagt frankenstein und dracula gibt es auch ich würde gerne so schön abziehen aber das geht nicht die kleben so wen haben wir hier auch noch ein auch noch ein nices captain america earth x und wir haben wieder eine metal card sehr nice aber ich habe auch schon wieder eine übersprungen hier aber wer ist denn das das ist iron man nein das ist doch nicht iron man ich glaube das ist war machine das ist ein kumpel hier ich glaube schon ich glaube schon ich werde euch auf klären ich werde euch auf instagram aufklären ich werde die dinger die nächsten tage einkleben und wir haben wie eben schon gesehen wolverine als metall holo weiß ich weiß nicht weil pokémon und hier sind diese metal mäßig und jetzt kommt die trading card die dritte trading card von sky over maschallamemmo memmo memmo wer ist das wer ist das denn sehr schöne karte alle männer schreiben direkt schöne karte schöne karte alle alle schreiben maschallam digga ui 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 joi roxy ui 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 fahini adventures into terror auch eine horror karte vsd 5 und they're thing in the cave wir müssen15 sondern sicher wollen vielleicht habe ich ein vielleicht wie das hier zum Beispiel. Amazing Spider-Man. Auch sehr nice Artwork. Spider-Man. Ist das Spider-Man überhaupt? Ja, ja, klar. Spider-Man und Venom auf jeden Fall. Das scheint Venom zu sein. Schaut so aus. Dann haben wir endlich mal Hulk. So, Hulk. Der sieht ja aber aus wie... Hulk war gar nicht grün. Frankenstein sieht der da ein bisschen aus. Hulk war gar nicht grün. Ich glaube, das müssen wir mal recherchieren. Ich glaube, ich glaube, dass Hulk erst grün geworden ist. Ich glaube, der war am Anfang gar nicht grün. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass Hulk aus Frankenstein entstanden ist. Meinst du? Ja, klar. Kennst du ja die Story, ne? Von Dr. Benner. Nur, dass der Erschaffer halt er selber war, meinst du? Und Deadpool. Deadpool, auch sehr cool. Ja, nice. Auch sehr cooler Charakter. Und Trading-Karte. Die haben wir schon mal, aber eine sehr nice Trading-Karte. Thor. Oh, nice. Sehr cooles Artwork. Nice, nice, nice. Sehr, sehr cooles Artwork. Mein machen wir noch ein paar Packs auf. Damit wir hier weiter mehr Musik machen können, mache ich vielleicht mit Romeo morgen ein Pack auf. Und wir haben, wisst ihr, was wir gefunden haben? Wir haben noch alte Pokémon-Karten gefunden. Denn mein Sohn hat sich vor ein paar Jahren nicht ganz alte, also nicht so alt wie die, die im Moment so im Hype sind. Vielleicht zeigen wir euch die morgen im Stream, wenn es klappt, aber auf Julias Kanal, ja, nicht auf diesem Kanal hier, sondern ihr müsst dann auf twitch.tv slash julia dorau gehen. Lasst schon mal ein Follow da, wenn ihr da Interesse dran habt. Da mache ich mit meinem Sohn dann ein bisschen, äh, ein bisschen Trading, äh, also, äh, Kart-Trading-Talk, ne? So. Lucky hat auch noch ein Album. Erste Edition. So, was haben wir hier? Marvel Tales. Don't miss the ghoul strikes. Auch ein Klassiker. Auch retro, oldschool-mäßig. Dann haben wir hier, das sieht ein bisschen aus wie Tante May und Peter Parki. Äh, Peter Parki. Peter Parki? Peter Parki. Tante May und Peter Parki. Peter Pan. Das ist, weil du Spidey gesagt hast. Ich wollte Peter Parker sagen, habe ich Peter Parki gesagt. So, nächste Karte, Achtung. Maschallah, Digga. Schatz. Memo. Was ist das denn hier? Ist da, äh, da ist hier irgendwie, ist hier, äh, Germany's Next Topmodel ist hier bei... Das ist doch nicht Heidi Klum. Loftrap. Loftrap. Das sieht nach 50er Jahre aus. Romantic Tales of Fantasy. Was ist das denn? Günstig, 10 Cent. Heidi Klum eindeutig. Der Stream wird jetzt ab 18, Ömer, genau. Heidi, äh, Ömer. Heidi, wolltest du ihn gerade Heidi nennen? Sorry. Lost. Sorry, äh, ich wollte sagen, Ömer. Wie viel ist die Heidi Karte hier wert? Check das mal bitte. Äh, kosmische Wesen, Doktor, das ist Doktor Strange mit einem kosmischen Wesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe nicht so sehr auf die, ähm, ich stehe nicht so sehr auf die Science-Fiction-Sachen von Marvel. Also sobald das zu viel Weltraum ist, Science-Fiction und zu viel Technik, so übertrieben, äh, ist es nicht so. Ich bin mehr so für, ähm, äh, den Helden unter uns. Die Spinne aus der Nachbarschaft. Das ist mehr so mein Ding. So, Trading-Karte. Achtung. Oh. Sehr cool. Fantastic Four. Nice. Sehr schönes Artwork. Sehr schönes Artwork. Schaut euch mal die Farben an. Schick. Viele sagen ja immer zu mir, oh, wenn ich mal so irgendwie Gitarre oder Klavier spielen könnte, ich denke immer so, boah, wenn ich mal so malen könnte, ne? Ich weiß gar nicht, wie die das machen. So, öffnen wir die Nummer 6. Schauen wir mal hier. Oh, 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 oh. Auch sehr cooles Cover. Guck mal, da war Abraham Lincoln noch Präsident. Da, schau. Captain America. No More. So seh ich aus, so seh ich aus nach Natur. So seh ich aus, wenn die Sommerauftritte vorbei sind. So seh ich aus normalerweise, wo ich sage, oh mein Gott, hätte ich mal was Vernünftiges gelernt. Okay, aber sehr, sehr coole Karte. Nächstes. Oh, auch nice Karte. Haben wir schon, aber auch nice Karte. Was glaubt ihr, was das ist? Ähm, das ist, ähm, das ist, ähm, aus der Reihe, ähm, ich glaub, die Helden vor unserer Haustür. Und das ist die Ausgabe, die den Terroranschlag am 11. September widerspiegelt. Das hat Marvel in dem Spider-Man-Comic hier mit eingebracht. Und dann haben wir Doctor Strange. The Day of the Defenders. Doctor Strange. Und Hulk ist auch da. Da ist Hulk schon grün geworden. Der ist schon angelaufen hier. Da wollen wir jetzt hier nicht. Roxy bringt Glück. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das ist ein Glückshund. Ein Glückshund. So, ist vielleicht hier eine Ironman-Karte drin? Wir haben ja noch Karten für Torin nachher. Auf jeden Fall. Habt ihr auch donated. Und was haben wir hier? Meine Kaffeetasse? So sieht meine Kaffeetasse aus. Das ist meine Kaffeetasse morgens. Die Ironman-Kaffeetasse. Ähm, das ist vom letzten, vom Comic ganz hinten auch sehr nice. Haben wir auch noch nicht. Oh, Don Lucky. Was? Schatz. Don Lucky. So. Das ist Don Lucky. So sieht mein Mod aus, wenn ich wieder irgendwie was ändere, was ich vorher anders gesagt habe. So. 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 So.